Herzlich Willkommen bei der Fairplay Edensi. Es freut mich, dass Sie unsere Webseite besuchen. Mein Name ist Dino Lamberti und ich bin der Präsident dieser Firma. Als Boutic Agentur betreut die Fairplay Edensi seit über 20 Jahren Profifussballspieler, hochtalentierte Nachwuchspieler, Trainer, Vereine und Funktionäre. Die ganzheitliche Entwicklung unserer Klienten liegt uns sehr am Herzen. Wir helfen ihnen nicht nur, sich als Profi zu entfalten, sondern sich auch als Mensch weiterzuentwickeln. Seit ihrer Gründung ist die Fairplay Edensi sehr selektiv mit der Auswahl ihrer Klienten und arbeitet nur mit ausgewählten Profis zusammen. Wir sind überzeugt, um im Fussballbusiness erfolgreich zu sein, braucht es neben Talent und Hingabe auch einen starken Charakter. Wir evaluieren sorgfältig, mit wem wir zusammenarbeiten, damit wir genügend Zeit für die individuelle Betreuung unserer Klienten haben. Wir bevorzugen langfristige Partnerschaften und es macht uns stolz, dass die meisten unserer Klienten uns bis ans Karrierenende das Vertrauen schenken. Die Dienstleistungen der Fairplay Edensi sind so konzipiert, dass die Beratung im Vordergrund steht. Das heißt, dass wir uns hauptsächlich um eine erstklassige Karrierenplanung und Coaching bemühen. Die Vermittlung ergibt sich als natürliche Konsequenz daraus. Die Beratung besteht aus verschiedenen Bausteinen, unter anderem einer individuellen Karrierenplanung, Vertragsmanagement, Mentalcoaching, Ernährungsberatung und Personaltraining. Ebenso erarbeiten wir zusammen mit dem Fussballprofi ein Marketingkonzept und unterstützen ihn beim Imageaufbau seiner Marke und bei Medien und Pressearbeit. Bei einem Vereinswechsel beginnt nach dem Vertragsabschluss die Integration beim neuen Verein. Unser Family Office begleitet unsere Profis und deren Familien in allen Belangen, sodass sich der Sportler ausschließlich auf seine Arbeit konzentrieren kann. Wir helfen ihm bei der Wohnungssuche, beim Abschluss von Versicherungen und unterstützen ihn mittels unserer Anwälte und Steuerberatern in allen Belangen. Wir legen großen Wert auf unsere Beziehung zu den Vereinen. Wir sind überzeugt, dass gut betreute Profis sich schneller integrieren und ihre Leistung abrufen. Für etablierte Profis bieten wir die Investition in Mehrfamilienhäuser als Renditeobjekte an. Wir verfügen in diesem Bereich über langjährige Partner. Uns geht es primär darum, das verdiente Kapital für die Zeit nach dem Karrierenende nachhaltig und sicher zu investieren. Damit wir all diese Services anbieten können, braucht es hochwertige Fachleute aus den verschiedenen Spezialgebieten. In unseren Büros in Zürich oder Salvador finden Sie Spielerberater, Scouts, Medienschaffende, Personalkoach, Versicherungsberater, Finanzanalysten und andere Spezialisten. Darüber hinaus verfügen wir über ein großes Partnernetzwerk, welches es uns ermöglicht, uns punktuell nach Bedarf mit externem Know-how zu ergänzen. Wir sind überzeugt, dass all diese Dienstleistungen zur Entwicklung des Charakters unserer Klienten beitragen und zum Erfolg beisteuern. Unser Motto lautet Charakter macht Meister. Charakter makes Champions. Ich hoffe, Ihnen hiermit einen hilfreichen Einblick in unsere Firma gegeben zu haben und bedanke mich für Ihre wertvolle Zeit. Ich hoffe, Ihnen qualifftizieren unsserie nach evil von dem Wahrheit. Ich hoffe, Ihnen schön, dass es sich Coordinating des Automattes gibt. Ich hoffe, Ihnen hierüber hinaus haar interne was.